Unsere Helden brachen durch die Tore zum Turm des Bösen und betraten die Schmiede, in der die Untoten ihre Waffen und Rüstungen fertigten. Auf sie herabschauend stand der Turm des Bösen hoch und bedrohlich. Dies war das Herz des Bösen. Ja, das sehen wir wieder bei Trine. Wir haben ein... Ich, ich, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es Pain geht, aber ich habe ein schlechtes Gefühl, dass wir uns langsam dem Ende von diesem Spiel nähern werden, da wir jetzt in Eisenschmiede sind und wir suchen Magni Bronzebart. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir werden hier einigen Zwergen begegnen. Moment, das ist ja Trine, das ist ja gar nicht World of Warcraft, oder? Was ist denn du da? Ich, ich, ich brauche nicht immer solche Spezialhilfsmittel, die... Au, mein Kopf. Kommst du? Uah. Ne, ich mache schon. Aha, okay. Schau mal, dass du oben irgendwas machst. Weil ich glaube, da kann... Hm. Muss ein bisschen... Hm? Muss ein bisschen... Fighten. Weil hier Spawns... Ey, wie bist denn du da hochgekommen? Mit der, mit der, mit der Pfeiltussi. Mit was? Mit der Pfeiltussi. Ich weiß nicht, ich will hier auch in... Ist da auch eine andere Seite lang gelaufen? Ne, da war ein Tor. Ja, stimmt. Hallo. Hallo. Hm. Das war verkehrt. Ach so. Hm. Hast du? Ja. Das... Hä? Irgendwie müsste es ja ein... Wo? Was machst du denn da? Ah. Weißt du weh? Hm? Ach ja, oder so. Warte mal. Der kann doch irgendwas. Warte. Warte. Wie war das? Wie war das nochmal mit dem Hammer? Äh. So. Ne. So. Warte. Da flippt er doch irgendwann voll aus. Und ja, komm mal rüber. Ne, du kommst hier nicht runter. Das ist aber jetzt runtergefallen da unten, ne? Ja, aber wir müssen ja da runter. Aber da kommst du nicht. Das stimmt, weil da unten ist... Ich geh mal zurück. Tu mir... Ah, hier ist was. Schau mal. Ah, da kann man runter, oder? Hab. Hast du? Tschüss. Heilige Scheiße. Was ist? Was ist denn? Als wo ich gelandet bin, ich habe schon wieder so... Nein! Nein, du hast mich! Was hab ich getan? Du hast mich da jetzt reingeschmissen. Ah! Ah! Au! Au! Ich bin fast tot. Da war ich auch fast wegen dir. Heißen. Warte mal, ich muss mal Leben holen. So. Äh. Okay, das hat schon mal nicht so... Uah! Au! Wie bist du da hochgekommen? Einfach gesprungen. Das funktioniert nicht! Doch, das funktioniert, aber ich hab's nicht geschafft, Schett. Warte mal, ich hab hier einen Hebel. Warte, ich hol mir Leben. Was ist passiert? Alles gut. Was ist jetzt passiert? Ich glaub, das Tor ist aufgegangen. Ich hätt da gar nicht hin müssen, glaub ich. Ach, da unten fährt jetzt irgendwas vorbei, schau. Ah, das ist hier. Neumodische Express ist das hier. Hast du's gesehen? Das hab ich gemacht, ja? Und wo ist Tor aufgegangen? Oben. Da, wo wir vorhin oben waren. Mann, irgendwie... Na, was ist denn los? Bin ich zu blöd, Leerthaste zu drücken. Pium. 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 So, grüß Gott. Ich werde immer unglaublich böse. Und einer meint, dass hier irgendwie lauter Skelette der Herr holen muss. Ah ja, da wo du lang gehst. Ach nee, da ist nix. Ich hab gedacht, da ist irgendein. Aua. Äh, hopp. Und hopp. Hm? Äh. Das funktioniert aber nicht so. Was machst du denn da? Ah, warte. Was ist jetzt passiert? Vorsichtig. Oh, die Tod. Oh, die. Da bist du wieder. Dankeschön. Bitteschön. Hm. 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 Was machst du denn da? Jetzt musst du Vollgas machen und dann hin und dann. Jetzt gib Gummi. Nicht so hoch. Bist du wieder tot? Ja, weil mich die Dinger immer runterhauen. Du hattest nur Glück. Dankeschön. Ja, bist du wieder. Da oben ist ein Skelett. Sauber. Das macht so Spaß mit ihm. Da unten ist ne Kiste. Ja, hab ich auch gesehen. Kommt man da irgendwie hin? Kommt man da irgendwie hin, komm. Kommt mich mal an. Siehst du das? Wo denn? Was denn tut da? Mach Aerobik. Das ist aber komische Aerobik. Aha. Ist irgendwas runtergefallen da hinten? Hm, keine Ahnung. Hup-da-da-da-da-da-da. Wie kommt man an diese blöde Kiste da hin? Weil hier kommt man auch nicht durch. Hm. Komisch. Für diese Kiste haben da. Für irgendwas muss ja dieser komische Bolzen da auch da sein. Au. 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 Wo hast du denn du da? Ich bin... Ach, da oben. Ja, und jetzt? Wie bist du denn überhaupt hochgekommen? Ja, indem ich oft in diese Spieße reingelauf. Mit der, mit der, mit der Schurken, oder was das ist. Oh, ich bin tot. Okay. Moment. Ich habe, glaube ich, echt Mist gebaut. Ich rette dich. Bitteschön. Dankeschön. Aber da unten, wie man an die Kiste da hinkommt, keine Ahnung. Nee, weiß ich auch nicht. Sollen wir da irgendwie zaubern oder so? Nee, verstehe ich nicht. Der flippt eh total aus. Naja, also wenn man da an die Kiste hinkommt, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Komm, kommst du zu mir? Ja. Komm ich da hin? Dann, au. Und dann, einfach schnell, schnell, schnell. Das ist ein bisschen Übung. Das habe ich schon hingebaut. Und Vorsicht, da unten, da bin ich gestorben. Ich habe schon sämtliche Fallen ausgelöst. Ach, das habe ich ganz vergessen, schau. Aber zu zweit ist es zu schwer. Oha, mein Leben. Das ist doch voll. Okay, da tot. Aha, wenn du fast tot bist, einfach den Charakter wechseln. Mach doch das, jemand. Komm mal. Wechselst du mal den Charakter? Dann hast du mehr Leben. Jetzt so. Toll. Jetzt muss ich da aber auch erstmal wieder lebendig runter. Nicht so. Nicht so. Wow. Bring einfach da runter. Bring da einfach. Dankeschön. Ja. Breitest Angst und Schrecken. Und ich, ja. Da ist die Kiste oben. Ihr bewegt sich auch nicht, oder? Nee. Da ist immer noch ein Tor. Nee. 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 Ich weiß ja nicht. Hä? Sehr gut. Kann man ja da runter gehen. Au. Gott sei Dank ein Speicherpunkt. Was machst du denn du da? Was willst du denn? Ich bin tot. Ah. Tot. Äh, Schatzi? Ja? Tot. Okay. Nein, das ist kaputt. Du musst das kaputt schneiden. Oh, doch nicht. Was muss ich? Du hast ja gesagt, du musst das kaputt machen. Ja, ich dachte, das musst du kaputt machen, aber da habe ich mich getäuscht. Dankeschön. Passe, ich bin gleich tot. Oh. Okay, ich bin da. Danke. Oha. Aber irgendwas muss das da zu tun haben. Tot. Komm ich da nicht mehr zurück? Na, mach nichts. Lauf weiter. Du bist einfach vorsichtig. Eh, das Ende des Levels. Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Aber ich habe eigentlich gedacht, es ist aus, aber... Oh, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Bewegt dich weiter. Wir kommen. Willkommen. Bitteschön. Dankeschön. Alles gut bei dir? Ja, ja, alles in Ordnung. Komm mir gerade bloß vor wie so eine Spinne. Ich weiß mal nicht mehr, wer der ist. Also, ich bin der Dicke. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, gehen immer Türen auf, er im Arsch der Welt, er. Hm. Ich habe eine Kiste gefunden. Ja, gut. Beim Runterfallen. Nicht hoch. Was? Nicht hoch. Nicht wieder hoch. Ach so. Nee, muss runter, gell? Ja. Was? Was springst du auch genau in dem Moment? Bain? Bain? Buggie. Buggie. Kommst du noch heute? Ja, ich habe erst mal aufgeräumt. Ach so. Das macht man ganz einfach. Okay. Das macht man einmal so. Einmal so. Dann machst du jetzt vorne wieder eins hin. Dreieck. Ich bin tot. Ich bin tot. Kaum da schon wieder mitten im Kampf. So, die gehen gar nicht kaputt. Dazu Ketten gehen vielleicht auch durch das Feuer kaputt. Ich bin irgendwo oben. Mhm. Buggst du dich unten um? Nee, bin fast tot. Tot. Danke. Bitte. Okay. Wie bist du denn da überraschend wieder hingekommen, ey? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin fast tot. Bin irgendwo runtergefallen und fast tot. Hm. Wo bist du denn? Irgendwo, wo ich nicht weiter weiß und fast tot bin. Ich bin, ich komme. Nee. Weiß nicht, wo du bist. Ich schau grad, dass ich das Teil da oben... Irgendwie... Sehr gut. Sowas nennen wir Teamwork. Mhm. Ach so, hier ging's weiter, oder wie? Hier geht's weiter, ja. So aber, ne? Hier ist es voll gefährlich. Gottes Willen, was ist denn hier los, Mensch? Unglaublich. Komm hier nicht runter. Das geht nicht zu zweit, oder so. Hupf mal da hoch und tu den dicken Stein da runter. Einen dicken Stein? Nein, nein, nein. Bleib auf dem... Da unten ist so ein Stein da unten, auf diesem Ding da. Vielleicht hilft das was. Dann da nach drüben. Wahrscheinlich. Du wieder, ey. Du kriegst er mit Schild. Ja. Das stimmt was, nee. Das stimmt. Santa Maria Da oben muss noch was stehen, schau Was ist denn jetzt los? Entschuldigung 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 Kannst du jetzt mal aufhören zu schießen? Ja Danke Sehr gut Ich hab noch Erfahrung geholt, ja? Ich hab ein Problem Du hast ein Problem Ich bin tot Was? Ich bin tot Welcome back Hier weiß ich nicht weiter Genau Ich bin tot Darf immer nur einer von uns Tschüss Ich bin tot Ich glaube wir müssen oben irgendwie lang oder so Ich glaube ich auch, ja Hier oben geht's auch nicht lang Ich bin tot Das ist nicht gut Nicht gut Ich bin tot Vorsicht Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wow Nein 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 Oh Gott sei Dank Da geht's nirgends wo lang Oh jetzt kommt der Krieger hier Ja Aha Aha Ja, weiter, nein. Wo weiter hin? Dass ich draufstehe. Stopp, 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 stopp. Ja, ich mach gar nicht mehr. Ich bin auf der anderen Seite. Das ist super. Okay. Wechsel auf den Markt, ja? Häng dich da dran. Mhm. Geht es kaum. Stehst du drauf? Nee, warte. Warte. Geht schon, geht schon, geht schon. Warte, warte. Ja, ja, ja. Wird's schön. Oh mein Gott. Jetzt sind wir am Ende. Dankeschön fürs Zuschauen. Das wird immer irgendwie total schwieriger. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Das ist 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 das